hallo und willkommen zurück zu red dead redemption 2 so wie was ist da mit meiner ausdauer los das sieht hier gar nicht gut aus genauso wie meine frisur in st denise werden wir bestimmt irgendeinen friseur finden habe ich noch was zu phrasen was für die ausdauer ja gleich mal anfangen den tag mit rum warum nicht wenn es denn hilft kann man ja nichts ändern da steht mein schwarz schönes pferd ein bisschen unzufrieden mit dem namen heißt nur hängt ich habe bis jetzt noch nichts nichts überlegt was eventuell besser wäre dann bleibt es erstmal dahin aber irgendwann würde ich auch gerne den sattel schwarz machen dann sieht das irgendwie cool aus würde ich würde ich doch meinen so ich glaube wir waren letzt mal noch auf dem weg zu einem fragezeichen was sollt ihr an der nächsten straßenecke eigentlich auf uns lauern jetzt sollte ich was über die religion lernen sagt es halt doch früher ein blutig kuhnhauend ja du ein feiner junge du ein feiner junge so ist doch viel besser als hier der typ mit der broschüre dahinten oh da freut er sich da freut er sich was für ein süßer kleiner junge ha das ist echt mein kryptonit in spiel hunde könnte ich mich die ganze zeit mit beschäftigen jaja die broschüre nehme ich aber lernen werde ich nichts ja missus mir geht es gut euch anscheinend auch da ist der religiöse ich würde nicht sagen fanatiker aber missionar wir schauen uns das einfach mal an ist das eine wunderschöne parkanlage hier und ich glaube trotzdem dass hinter uns das eigentliche fragezeichen war der schildkrötengloben also doch eher fanatiker ich nehme trotzdem ein flyer mit natürlich sehr schön sehr schön das ist kein buch das ist okay da bin ich mir nicht so sicher das ja ich bezweifelt ja ja ebenso ebenso so wenn ich das jetzt tatsächlich lesen ploppt bei mir gar nicht auf wo schaue ich denn hin wir schauen mal ah doch flugblatt genau ein bisschen anlesen verfasst von anders helgerson der der da redet ich kann das nicht lesen während der da rein labert wenn es nachher mal ein ruhiges fleckchen gibt schauen wir uns das mal an nicht während er da rein klappert ja ja schön red mal ein bisschen leiser ein grenz an ruhestörung da kommt mein innerer deutscher wieder raus vielleicht mal bei der polizei anzeige erstatten da ist er ja schon nehmen sie den lauten typen kurz fest nur sagen sie ihm zumindest dass hier ruhepause gilt ah da war glaubt das fragezeichen hab schon gesehen das ist auf jeden fall ich kann waffen spenden bestimmt was will ich tun na gut wenn sein muss ich zähle die zeit das finde ich sehr gut natürlich für obdachlose doch immer dankeschön willst du dir den noch aufschreiben damit es auch sicher ankommt ja hoffen einfach mal dass er sich an uns erinnert die gedenktafel ist relativ cool ja die labert noch weiter irgendwo friseur ja ein papier hätte man jetzt auch alles klauen können aber ich arbeite ja gerade daran die ehre hoch zu hoch zu halten ich glaube nicht dass das da geholfen hätte ja natürlich ist der hengst okay ist doch ein super pferd ja ich habe aber keine lust hier jeden zu grüßen vor allem weil der so komisch zielt niemand hat hier die uhrzeit ist das auch ein guter friseur das sieht so nach seitenstraßen friseur aus gedacht in dem ort gibt es auch noch so ein luxus premium ach der wird gut genug sein für uns war bier und poker haare und zwar kürzere was haben wir denn für frisuren sind alle nicht so schlecht aus kann ich die irgendwie ansicht ändern mach mal erst mal die länge kürzer ach so das ist nicht generell die länge kürzer glatze mag ich nicht die kommt bei mir glaube früh genug seitenscheitel hat man glaubt jetzt lang genug mittelscheitel sieht nicht schlecht aus das finde ich relativ gut ah ne wir haben seitenscheitel rechts alles klar zurückgekämmt sieht auch nicht schlecht aus zurückgekämmt ausrasiert oh da sieht man jung aus das nehmert ja so halte ich meine haare auch waschen tue ich mich trotzdem ab und zu so was haben wir für bärte ich glaube generell ist er zu kurz für haare zu kurz na gut ich bin eigentlich zufrieden mit meinem aussehen dankeschön wieso habe ich eigentlich wieder das alte outfit an ich dachte ich hätte das blaue angezogen keine ahnung vielleicht komme ich da auch nur durcheinander weil ich gerade folge 32 die thumbnails erstellt habe die geht heute am tag dieser aufnahme online und das glaubt folge 37 ja ganz schön verwirrend ich weiß da ist ein symbol da gehen wir gleich auch hin hier ist ein fotograf das ein da ist ein trapper den würde ich gerne mal besuchen da ist ein fans das ist sehr gut und da ist ein büchsenmacher die besucht man noch und dann sind wir ausgerüstet für alles was hier kommen mag wenn ihr euch daran erinnert ich habe absolut keine ahnung mehr ich spiele jetzt genauso blind wie eventuell ihr zuseht das war ein toller satz oder ne ich hab ja schon öfter mal bis kapitel 3 ende das spiel gespielt gehabt aber nie weiter und wir sind jetzt in kapitel 4 das heißt auch neue erfahrungen komplett für mich die das ist das ist das ist b Arschlöcher! Ich glaube, der Trapper hat jetzt aber nicht mehr offen mehr. Sieht schon so ausgegraut aus. Zeuge wegen Plündern. Wer denn? Ach, da hinten läuft er. Ist das so schlimm, dass mal Leute, die mal umgeschossen hat, Plündert? Ich glaube, da ergeben wir uns lieber kurz. Wir haben mich angegriffen. Sir. Mach ich doch. Weiter gehen. Ich gehe weiter. Pferd, komm hier. Ich habe doch nur Leichen geplündert. Sorry, das ist nun mal Schrittgeschwindigkeit hier. Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Ah, so langsam kommt mal mein Hotty hinterher. Ich glaube, ich müsste außerhalb des Bereichs hier so rot auf der Minimap blinkt. Wäre schön, wenn mein Tag ist es ja. So, jetzt kein Kopfgeld. Oh, was plündert. Also so weit kommt es ja noch. So, raus hier. Na also, hat sich alles im Wohlgefallen aufgelöst. Ja, ja, ich bin ganz tranquilo, ganz ruhig. Hoffe ich doch zumindest. Da ist der... ein Fens. Den wollen wir mal besuchen. Vielleicht ist der Trapper... Ah, das sieht gut aus. Der Markt ist wieder bevölkert. Warum? Meine Kleider sind doch gut. Ganz gut für die Ehre. Ganz gut für die Ehre. So, da hinten ist der Trapper. Morgenshörs und Ladies. Ja, ich höre ja schon auf mit Grüßen. Der ist ja zumindest ein Trapper. Entschuldigung. Bekleidungssets. Bärenjäger. Kann ich mir das schon machen? Nee, nur die Mütze. Schade. Okay, braucht das alles, Phil? Eines legendären Bären. Es gibt ja nur einen legendären Bären. Komisch. Hirschbock haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Können aber zumindest mal ansehen, wie das hier aussieht. Todesrolle sieht eigentlich gefährlich aus. Ist das Krokodil? Legendäres Panthers und Gila-Tierhaut. Ah, hier Alligator. Wusste ich's doch. Ah, da haben wir noch nicht so viel Arbeit reingesteckt. Muss auch sagen, die meisten finde ich eher so mittel. Paar sehen schon ganz gut aus. Nee, nee, nee. Das brauchen wir nicht. Okay. Schön für dich. Okay, die können wir alle nicht machen, die tollen Hüte. Verstärkte Ausrüstung. Reitkunst. Verstärkte Waffengürtel erhöhen die Munitionskapazität von Revolvern und Pistolen. Verstärkte Holster verringern die Menge an Pflege, die Waffen benötigen. Die klingt doch beide nicht gut. Scharfschütze. Patronengurt. Achso, das hat dann wieder eine Auswirkung. Das ist klar. Wenn ich die nicht tragen will, die Gurte, dann ist halt doof. Banditgeglücksspieler. Ach, da müssen wir Herausforderungen abschließen. Das haben wir doch eventuell bei Pferdeexperte. Reitkunstmann. Ah, deswegen habe ich das bekommen. Sättel. Weiberfell, Bärenfell, Alligatorhaut. Mensch, du bist ganz schön anspruchsvoll hier. Gegenstände. Geruchstarnungstinktur. Nehmen wir mal mit. Wurfmesser. Ja, wieder acht Stück. Und ansonsten bringt das Gloppelz erst mal. Dann einmal noch zum Fenst, zum Heeler. Wenn ich die Tür finde, irgendwo da hinten rein, glaube ich. Wie gesagt, die Stadt hatte ich schon mal ein bisschen mehr erkundet. Aber dann eher in Kapitel 3, nicht in Kapitel 4. Und auch nicht während dieses Let's Plays. So, jetzt habe ich es oft genug gesagt. Ja, first time. Sieht ja cool aus hier. Äh, verkaufen. Äh, Uhren. Ja, ja, ganz viele Familienmitglieder gestorben. So, verkaufen. Oh, schade, dass ich das goldene Schild nicht verkaufen kann. Vielleicht klingt das ja noch was. Ja, ja. Nur 10 Dollar die Platinhalskette. Boah. Alter Knauser. Äh, kaufen. Alles gut bei dir, Kollege? Ich hoffe, dass du weißt, was du machst. Ja, ja. Das ist nicht mein erstes Brandschatz-Rodeo. Froschüre für Dynamitpfeile? Ja. Du hast eine distinktive Palette. Dankeschön. Na, dann kauft man das. Und lesen es doch. Ich will nicht zu viele Fragen über die vorherigen Wachstum. Ja, ich hoffe, das macht er nicht so. Benutzen. Müsste ich schon. Habe ich schon? Ja, ich glaube, das hat gezählt. Weglegen. F. Hier, Flintengeschosse, Dynamitpfeile. Die würde ich gern machen. Ja, das sieht relativ einfach aus, von der Zeichnung her. Sollte ich jetzt gelernt haben. Aha. Okay. Tasche. Wieder zurück in die Tasche. Und das noch nicht. Ich kann kreieren, ich kann ein paar magische Pieces für dich. Uh, Magical Pieces. Was für Magical Pieces? Ich habe ziemlich die Skills, wenn du die richtige Ingedienungen hast. Rabenklauen-Talisman. Ein alter Missing-Kompass, okay. Löwenpranken-Amulett. Du erhältst dauerhaft 10% mehr Ausdauererfahrung. Ach, das habe ich schon. Und das Fugt-Klauen-Amulett auch. Piotenzahn, okay. Reiszahn des legendären Pumas. Ihr braucht mal einen Silberketten-Armband. Ja, das ist schön für dich. Ich bestiehle dich mal im Moment noch nicht. So. Oh, wieder Nacht geworden. Ich dachte gerade, das wäre Dutch, aber nur wegen dem Schnauzer. Ich dachte, hier wären noch zwei Leute, die sich lautstark unterhalten und nicht damit interagieren könnte. Sieht aktuell nicht danach aus. Na gut, dann schauen wir mal auf einen guten Abend. Schauen wir mal nach einem dieser Missionspunkte, wo überall B.A.R. drin steht. Falls nichts dazwischen kommt. Ah, ich glaube, da kommt nichts dazwischen. Wir ziehen uns noch kurz rum auf dem Pferd. Irgendeiner hat zumindest meine Kleidung vorhin beleidigt. Verfolger. Ach so, das sieht jetzt... Verfolger ist das Outfit. Dann... Spielereigenes Outfit. Aha. Das ist dasselbe, nur ohne Patronengurt. Kavalier. Na gut. Wohl Kavalier mag ich gar nicht so. Beziehungsweise, das hat man jetzt schon... Hat irgendwie den Reiz verloren. Und meine tollen Haare kommen da gar nicht durch. Dann nehmen wir das Spielereigener Outfit. Ist mir doch egal, wenn Leute mich beleidigen. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Oh, meine Ausdauer ist ja schlägt. Das ist eine sehr vereinfachtliche Sache. Oh, meine Ausdauer ist ja schlägt. Du kommst jetzt! Ich kann jetzt schon wieder... Ich kann das jetzt einfach machen. Ich kann das jetzt auch machen. Du bist ein Arsch. Komm her, Fiat. So, dann schauen wir mal, was wir mit dir machen. Also, umbringen will ich ihn nicht, er hat mich angelegt. Guck mal da hinten hin, das ist nur ein Boot. Hm, fischen könnte man auch hier, das ist natürlich richtig. Wir werden schon irgendeine Insel für ihn finden. Wir schauen, dass nicht so viele Alligatoren rumlaufen, nur ein paar. Ich glaube, da ist ein Alligator. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert, wenn man respektlos ist. Also, ich bring ihn nicht um. Wenn, dann tut es der Alligator. Ja, ein bisschen schwere Reaktion auf eine Beleidigung, aber... Weil ich will immer machen. So, Mr. Alligator. Gut. Hört nicht so laut zappeln. Ich glaub, der kommt schon recht. Ah, hab ich auch gesagt. Uh, da ist ein Reiher. Hey, 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 bleib stehen. Oder hat der Alligator aufbegehrt? Nö. Also, sieht doch relativ kuschelig aus. Nein. Ich will doch nicht selber gefressen werden. Wildschweigen sogar relativ gute. Egal, wir gehen jetzt mal zu einem Missionsziel. Kann doch bestimmt hier rum auch reiten. Muss ja nur irgendwann nach links kommen. Wieso? Was soll falsch mit mir sein? Ich bin doch in bester Manier unterwegs. Behaupte ich ja zumindest mal. Apropos... Rumsaufen für Ausdauer. Hm, jetzt geht's mir wieder besser. Jetzt geht's mir wieder besser. Fuck. Fuck. Ich dachte, ich krieg's hin. Oh, Mann. Hab die Frau nicht gerettet, weil ich abgestiegen bin. Alles gut, Lady. Äh, noch ist sie nicht umgekippt. Ah. Ich hätte es jetzt beinahe für ein gutes Zeichen gehalten. Für nur eine Fleischwunde oder einen glatten Durchschuss. Na, scheiße. Die macht ganz schön Chaos in der Stadt hier. Die wollt doch nur helfen. Ah. Na gut. Mission, Mission, Mission. Eine Taverne. Warum nicht? Habt ja schon ordentlich vorgeglüht. Oh, muss man noch ein bisschen nachglühen. Schade. Bastille Saloon. Opposite dem Park mit der Quincy-Harris-Statue. Dankeschön. Oh, das war einfach. Na. Eine Schnapsleiche. Hat bestimmte schlechte Zeug getrunken. Hey, passen Sie auf mein Pferd aufs Tür. Würdest du mal stehen bleiben? Wollt jetzt nicht neben dir herlaufen. Wollt jetzt nicht neben dir herlaufen. Na ja, hallo Jungs. Ach, das ist richtig gut für die Ehre hier. Müssen halt viele Leute bequatschen. Kommt mir ein bisschen albern vor. Hey, Freund. Aber wenn es hilft. Und meinem Pferd gefällt es auch anscheinend. Sieht schon geil aus bei Nacht. Ich hoffe, YouTube komprimiert das nicht so. So. Pferd anbinden. Das klingt gut. Ah, ich scheine richtig zu sein. Wee, Cowboy. Dutch. Wieso stand da Dutch? Ah. Ich habe eine Person gefragt, die dasselbe sagt. Immer doch. Oh. Was ist los, Jungs? Weiter feiern. Hey. Natürlich. Ja. Für ein Whisky? Oh. Das ist die reale Sachen. Von Schalke. Okay. Hier. Eine für dich selbst. Oh, danke. So. Mister. Kann ich dir eine Frage? Hast du nie gehört von einem Mann, der Name von Bronte? Wer fragt? Ich. Ich fragt. Nein. Lass ihn, Freund. Was bedeutet, Lass ihn? Ich weiß nicht, was du bist, aber Lass ihn, Freund. Du und dein Freund, der hier vorhin war. Ah. Hier könnte ich mich alle machen. Ja. Na gut. Ich bin immer vorsichtig. Hey. Wieso ist wieder Tag? Ja. Ist egal. Seh ich besser. Find ich gut. Morning. Bonjour und all das. So. Auf zu den Gassen, Kindern. Danke schön. Ah, wie soll ich die Folge nennen? Spaghetti fressender Schwanzflutscher ist garantiert nicht gut. Und das hat er gesagt. Oh, eine Münze. Ah. Zigarettenbild. Nice. Nehme ich. Münze. Nehme ich. Streichhölzer. Nehme ich nicht. Neh, irgendwie wird das ein anderer Titel werden. Man wird, ich glaube, zu viele Italiener verägern. Und das mag ich nicht. Ich mag Italiener sehr gerne. Generell mag ich alle sehr gerne. Außer Menschen im generellen. Kinder. Bist du ein Kind? Hey. Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. I tell you. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What'll cost? I reckon I can pay. Five dollars. Where does he live, New York? I'm an entrepreneur. You don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. Ich glaube, ich werde irgendwo hingeschleppt und dann verprügelt. Ja, ja. Ah. Trau keinen Kindern. Der verdient sich aber die 5 Dollar. Äh, noch nicht. Oh. Wahrscheinlich nicht. Drei. 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 De little pair of shits! Du kommst runter. Er kommt nach uns! Geht zurück hier! Pferd! Ein Glück habe ich rumgesoffen. Für die Ausdauer. Geht zurück hier! He 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 he. Halten Sie die Straßenbahn an! Mein ganzes Zeug, da waren tausende Dollar drin. Mein Pferd kommt nicht. Ich drück H und es horst nicht. Ah, da ist er. Vorsicht! Ich bin sauer, ich muss durch! Oh! Ja! Das geht schon. Eieiei. Das wäre beinahe aus mit uns gewesen. Ah, Kinder. Hey, hier waren wir am Anfang. Dankeschön. Bonas Dias. Oh, oh, mein Rücken. Niemand hilft mir. Arthur, lauf. Ich bin keiner. Ich habe noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen. Wir sind nicht Freunde. Herr Bronte? Er hat eine schöne Haare. Er hat eine schöne Haus. Und ich bin froh, dass er für ihn arbeitet. Er hat 50 Menschen, Herr. Nur? Ich möchte nur mit ihm sprechen. Ich bin sicher, dass du das machst, Herr. Du und deine Freunde von dir haben sich gefragt, über ihn alle über die Stadt. Er hat sich sehr disrespektiert. Bunche of muddy Yankees in der Stadt, fragen Fragen. Ist ja gut. Ah, die Kinder darf man nicht umbringen. Das könnte ich nicht mal im Spiel machen. Ja, aufregen kann man sich über Kinder. Oh, da ist noch irgendwas. Bonas Dias. Ja, guten Morgen. Pferd kommen jetzt mal hier. Hä? Ihr redet hier. Guten Morgen. Hey! Willst du helfen? Ein Mann aus? Natürlich. Ja, die Münche habe ich vorhin anscheinend gefunden. Arthur tut sich ein bisschen schwer damit, muss ich sagen. Na jetzt los. Wieso seid ihr alle so nett? Das war doch mehr wert. Okay. Oh, Raubüberfalltipp. Wir sind nicht mehr so husch husch. Hey! Ich kann doch nicht einfach mein Pferd anfahren. so wie am Missionspunkt. Vorsicht! Vorsicht! Mein Problem ist schnelle Pferd. Enge Straße. So. Achso, zum Büchsenmacher wollt ihr auch noch. Nicht jetzt. Nicht in der Mission. Muss mich ja konzentrieren. Macht man das freie Schnauze oder? Ähm. Gegenüber vom Park wurde ja gesagt. Das sieht aus wie ein Park. Hi! Hey! Wurdest du auch von den Kindern verarscht? Und machen die ganz gerne. Oberspaghetti wäre ein guter Folgenheim. Wenn ich mich dran erinnere. Boah. So weit bin ich noch dabei. Ich kann nicht entscheiden, was ich weniger mag. Die Swamps oder die Stadt. Beide sind voll von Parasiten, Reptilien und Slime. Hm. Das stimmt allerdings. Wir sind ein langer Weg ins Land, das wir kennen. Und weit von einem wirklich örtlichen Land. Ja, könnte jederzeit was ändern. Oh je. Noch große bekommen. Ja, Bono ist Diaz. So. Interessant. Noch Schuldeneintreiber Missionen habe ich wieder. Das ist ein L.S. Leonard Strauss aufgetaucht. Wir haben hier Mary Beth. Okay. Mary Beth war das nicht meine Ex-Freundin. Sozusagen. Da ist ein Stickbrief. Und hier ist auch einiges los. Generell zum Büchsenmacher würde ich als nächstes den markieren wir schon mal vor. Morgen. Ansonsten würde ich sagen, reicht das für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich für die Ängsten.